Ich glaube, in der letzten oder vorletzten Sendung hatten wir eine Zuschrift, ja, mich fressen die Bereitstellungszinsen auf. Das heißt, dass die Bank sagt, sie stellt Geld zur Verfügung. Sie hat hier die Geldscheine liegen und sitzt auf denen, im übertragenen Sinne, ist natürlich Kokolores, aber dann berechnet sie dafür Zinsen. Und die sind heute aktuell teilweise wesentlich höher als die Zinsen, die der Kunde oder der Zuschauer für das Darlehen bezahlt. Also du stehst auf jeden Fall beratend zur Seite hier bei uns in der Sendung und natürlich auch für deine Klienten. Liebe Zuschauer, wenn Sie Fragen an Ralf Schütt haben, können Sie die am besten per Mail schicken. Das haben ja die Zuschauer auch getan. Und zwar unter hamburg1.geldschau.de, hamburg1.geldschau.de, da gibt es dann Tipp.de. Oder kaufen Sie das aktuelle neue Buch von Ralf Schütt, Baufinanzierung, 88 Fehler und wie Sie diese vermeiden. Und dann wird auch die Baufinanzierung ein Treffer ins Schwarze oder ins Blaue. Exakt, ganz genau. Exakt, ganz genau. Vielen Dank.